Ich bin Fußballspielerin, genau, und mittlerweile etwas professionell und habe mich ein bisschen verletzt beim Fußballspiel, als ich hingefallen bin, nach meinem Hattrick. Aber seit wann spielst du Fußball? Fußballspielen tue ich schon eigentlich seit immer. Mit 14 habe ich mir mein Bein gebrochen, Schienenbeinbruch war sehr schlimm. Und dann habe ich eine lange Zeit aufgehört, aber hobbymäßig immer weitergespielt. Nebenbei bin ich auch Gamerin, also ich bin live auf Twitch. Und ja, Gaming ist, man kriegt Nackenschmerzen, man kriegt Rückenschmerzen. Und hier nochmal. Mach mal bitte einen Buckeln nach vorne. Was ist hier mit? Schau mal hier, du hast hier auch die Blockade bei 3, 4 und ausatmen. Jawohl. Und nochmal. Einatmen und ausatmen. Einatmen und ausatmen. Das ist so verrückt, ich könnte gerne einschlafen dabei.